Hallo ihr Lieben, ich bin unglaublich aufgeregt, denn mein aktuell größtes Herzensprojekt steht kurz vor der Geburt. Am Montag geht die Bitch Challenge los, die der Auftakt sein soll zu meinem großen Verkaufstraining, was Katsching heißt. Ich habe dort all meine Erfahrungen als Unternehmerin und als Trainerin, ich bereite ja selbst viele Menschen auf ihre Pitches vor, also das mache ich ja jetzt schon seit über 20 Jahren. Diese ganzen Erfahrungen, die ich da gemacht habe und all das Wissen habe ich gebündelt in einem Kurs und eine kleine Kostprobe davon könnt ihr nächste Woche bekommen. Das ist meine Pitch Challenge. Noch könnt ihr euch anmelden, sie ist auch kostenfrei, denn ist für mich auch einfach der Startschuss für ein ganz großes Projekt. Ich würde mich riesig freuen, euch da alle dabei zu haben. Aktuell sind schon über 120 Menschen dabei und ja, also ich freue mich riesig darauf und das Ziel ist, in dieser Pitch Challenge schon richtig viel zu verkaufen. Also das ist so mein Ziel, dass ihr innerhalb dieser fünf Tage schon richtig verkauft. Und wie wird das Ganze also ablaufen? Ich werde an jeweils fünf Tagen, also von Montag bis Freitag, morgens immer ein Video posten, das ihr euch anschauen sollt und dann gibt es eine konkrete Aufgabe. Dann habt ihr bis 17 Uhr Zeit, die Aufgabe zu lösen. Ich denke, so eine halbe Stunde solltet ihr euch schon Zeit nehmen dafür, damit ihr da auch ein gutes Ergebnis habt. Und um 18 Uhr, also von 17 bis 18 Uhr brauche ich, um dann auch noch die letzten Beispiele anzugucken. Manche sind ja vielleicht schon früher da. Ich habe mir die Tage echt geblockt, um das zu machen. Und dann werde ich Beispiele rauspicken und eure Fragen beantworten von 18 Uhr bis circa 19.30 Uhr. Also das ist der Plan, jeden Abend um 18 Uhr mit euch dann einen Zoom-Call zu machen und euch da nochmal Tipps zu geben, eure Fragen zu beantworten und das, was ich so beobachtet habe, was man noch optimieren kann, dann da reinzugeben. Und am Freitag ist Pitch-Tag. Da wollen wir alle direkt verkaufen. Ich auch. Also wir alle wollen verkaufen. Das heißt, bis dahin wollen wir euer Angebot richtig schick machen, denn ich messe das da dran, meinen Erfolg, wie viel letztlich ihr verkauft. Also ich bin hoch motiviert mit euch gemeinsam Produkte zu verkaufen. So, also das ist das, was nächste Woche geplant ist und ich würde mich riesig freuen, euch alle dabei zu haben. Also kommt noch mit dazu. Je mehr, desto spannender und desto mehr kann verkauft werden, denn ja, also viele, viele Produkte. Wir machen einen tollen, tollen Laden auf nächste Woche in der Pitch-Challenge. Den Link zur Facebook-Gruppe findet ihr hier unter diesem Beitrag. Zudem wird es auch noch Zusatz-Input auf meiner Rhetorik-Masterclass geben. Da liegt der Kurs. Das heißt, wenn ihr zusätzlich auch noch Zusatz-Infos haben wollt, dann meldet euch auch dort an. Einfach die Homepage Rhetorik-Masterclass. Dort findet ihr die Pitch-Challenge und da nochmal draufklicken. Dann könnt ihr euch anmelden. Ich freue mich auf jeden Fall und vielleicht sehen wir uns nächste Woche. Wird mich mega freuen. Ist auch die letzte Gelegenheit, das umsonst zu bekommen. Denn Verkaufstraining, hallo. Natürlich wird es das nie mehr umsonst geben, denn das wird sofort danach, ab Freitag, Geld kosten. Denn es geht ja ums Verkaufen. Tschüss, ihr Lieben. Ich freue mich. Tschüss.